Mein Name ist Michael Mauder und ich bin Stand-up-Comedian. Dann gehen Sie doch heute mal zwei Stunden früher unangekündigt von der Arbeit nach Hause. Ja, auf dem Schweizer. Ich bin seit 2016 auf allen kleinen und mittelgroßen Comedy-Shows in ganz Deutschland unterwegs und mache noch ganz, ganz viele andere verrückte Sachen. Ja, wie soll ein Mann bist, ey? Also, ich kann nicht wahr sein, ey. Also, grundsätzlich habe ich schon immer irgendwas auf der Bühne gemacht. Am Freitag, den 31. Januar 2020, spiele ich meinen ersten einstündigen Solo-Abend im Zehner am Sendlinger Tor. Und alle Einnahmen werden zu 100% an die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz in München gespendet. Außerdem bin ich nicht alleine. Ich habe zwei Support-Acts mit dabei. Zum einen der extra aus Berlin anreisende Kult-Comedian Falk Pötzschek. Platze, Alpha-Industry-Jacke, eine Kamouflagehose, dass man die Tritte nicht kommen sieht. Und der Münchner Comedian Johannes Steißlinger wird dabei sein. Holt euch eure Tickets für nur 10 Euro auf Eventbrite und beeilt euch, denn so groß ist der Raum nicht.